was zum teufel berfs kopf ja emily ich glaube es definitiv zeit von hier zu verschwinden ja jetzt muss ich sogar da lang gehen ok es ist definitiv zeit zum verschwinden shit was sie hier unten alles entdecken ja mach auf machen wir es nicht hier wieder hinter dir zu sehr auch noch schön wo bin ich verdammt noch mal jetzt bin ich wieder hier kann ich jetzt den scheiß aufzug verwenden bitte bitte du es los geht's ok er bewegt sich schon mal stecken geblieben oder was oh shit wer ist das shit 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 was ist das für ein typ nicht bewegen warum rennt sie weg ich hab's doch geschafft ich hab mich doch still gehalten oder nicht wow ich hab mich doch echt still gehalten ich glaub es hat funktioniert jetzt öl äh anzünden oder nicht anzünden oder wie anzünden natürlich ok da kommt er hoffentlich so schnell nicht durch was war das für ein kerl aber er hatte keine horrormaske auf vielleicht war der gar nicht so böse umdrehen sehen ob der typ kommt doch was hat er da Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Nein! Okay. Josh. Josh! Josh. Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also? Wie ist das? Ist das schön? Wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind, ich meine, bei jedem von euch. Boom, 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 boom. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Oh, ist das wirklich passiert? Es hat so viel Spaß gemacht, wie bei der Puppenspieler, bei, bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Ich habe eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike ist krank. Was kommt schon? Ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt mal, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben, wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Mäßler! Das hat er verdient. Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Äschle geschlagen, du Stück Scheiße! Ich war so wütend! Man schlägt keine Mädchen! Das geht gar nicht! Kumpel, Alter, Chris, Bro, ich... Ich bin nicht dein Bro! Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg! Bro! Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen! Kommt schon! Ich hab gar nichts gemacht! Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch! Ich war das nicht! Michael, bitte glaub mir doch, Mann! Ich war das nicht mit Jessica! Verdammt, was soll ich tun? Abtun! Hör auf, Mann! Halt endlich dein Maul! Chris! Hey! Komm schon, Kumpel! Wir sind doch Partner! Hör auf, das stimmt doch gar nicht! Na schön! Spiel den Arsch! Tue ich, keine Sorge! Ja, und Matt es auch tut, aber der... ...den hat ein anderes Schicksal ereilt. Das ist doch nur, was ihr sehen wollt! Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter, es ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht! Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Alter! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre! Ich schwöre dir, ich hab keine Ahnung, was mit ihr passiert ist! Ähm... Ich werd wütend, klar! Josh, mal ganz ehrlich, Mann, denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen, auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Ähm... Ah! Verdammt! Ihr meint das ernst! Das ist nicht richtig! Nein! So war das alles doch überhaupt nicht geplant! Ihr seid ein Haufen Fieslinge! Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs! Hä? Nicht, dass... Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen! Schnauze jetzt! Defensiv bleiben! Hat was Wahres! Setz dich hin! Bleib sitzen! Okay, fesselt mich nur, okay! Halt still, Mann! Klar, 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 still! Weil es... Das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt! Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spiel rauben, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln! Kabelbinder, die sind der Trance! In Gottes Namen, Faselbinder, bitte! Das ist ganz schön krass! War früher schon mal so drauf? Nein, ich hab ihn noch nie so erledigt! Oder ihr Geld zurück! Der Kerl ist verrückt! Alles sind dumm. Dumm, dumm, dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm, dumm. Äh, bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh! Ashley, du wirst nicht sterben! Ich hol dich da raus! In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unsere Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Chris. Ich warte den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Ja. Hey, Mike! Mike, 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 Mike! Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein? Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Ganz ruhig. Nicht eskalieren. Entwaffnen. Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja. Dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf-Guter-Kop-Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pajama-Party. Bestellen wir uns ne Pizza? Halt die Klappe! Kommst du hier klar? Ja. Die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh. Mach keinen Scheiss, ja? Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kam nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür Büßen wechseln! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Mein Asch! Enthüllung! Was ist das für ein Kerl? Nein! 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 Benocci! Ah! Was soll ich benutzen? Ah! Ah! Der macht das Feuer! Ah! Ich verstehe! Was? Aber warum? Shit! Was geschieht hier zum Teufel? Was hat er uns da gegeben? Was ist das? Was ist das? Ah! Verstehe! Oh mein Gott! Okay, ja, und los geht's! Okay. Der Faktor George wäre ja jetzt erstmal aus dem Weg geräumt. Aber irgendwas... Ist hier noch. Scheiße, wo soll ich lang? Kann ich auf beide Seiten lang? Irgendwas ist hier unten noch. Ah, und da liegt noch was. Ja, und dieser Typ! Wer war das? Lass mal sehen. Was haben wir hier? Weiß! Glückstote. Dreht Mike langsam durch? Mit der Waffe in der Hand? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Vorher drehe ich durch. Warum kann ich hier überall lang? Scheiße. Ich hätte da noch einen anderen Weg nehmen können. Aber ich nehme jetzt den, weil hier lag ein Toter. Sieht eher nach Geheimnis aus. Scheiße. Irgendwas ist hier. Ich kann's fühlen. Auf jeden Fall ist hier eine Sackgasse. Eventuell finden wir hier noch ein Geheimnis. In den Spalt gehen. Warum? Okay, hier muss es lang gehen. Ja, mach mal. Wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Das war das Ding, das wir gesehen haben. Vom Toten. Fuck! Was kommt da? Schnell! Shit, habt ihr das gesehen? Da war irgendwas. Was ist das? Was ist das, Sync Gollum? Shit, 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 nach rechts gehen. Oh, shit! Shit! Was ist das? Was war das? Aufzug. Komm, 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 komm. Funktionier. Funktionier, funktionier. Es passiert nichts. Doch, 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 doch. Was war das?